hi und willkommen zurück zu euren jvd mit dem graffiti an meiner seite zu beuling auf isaacke ich muss mich für den vorigen partner entschuldigen er müsste ist der graffiti ein bisschen undeutsch zu verstehen aber ich werde es mal versuchen so zu machen dass man es dass man ihn ein bisschen versteht das würde man das vielleicht schon irgendwie hinkriegen wir spielen jetzt wieder auf eine andere weise wir spielen je nach etage also nachdem ein boss besiegt wurde wechseln wir also ich werde dann die erste etage man wenn der boss besiegt ist dann der graffiti dran und so wechseln wir uns ab ja ich hoffe wenn man stirbt wechseln wir auch ja klar was ist denn hier eigentlich collecting 50 or more pennies in one play du musst einfach nur 50 pennies auf dem konto haben ja 55 collect in sieben or more container herz das ist so schwer ist das nicht unlock by one to dress rooms keine ahnung werden sehen wo ist der sound ich werde aufgaben what the fuck tschuldigung neustart musste nachdem musste nachdem das gehen wir gar nicht so ich muss das den dings gucken aber nachher haben die unterschiedliche werte der der ist ausgeglichen nachher hat dann einer ist schneller der andere macht mehr schaden ein bisschen lauter ist das spiel zu leise oh ja ist da lust ich küsse mich küsse mich oh sie küsse mich oh ne ich warte noch vielleicht geht es nicht in den händler gezetaportiert gut dann wisst ihr schon mal dass da der händler ist und dass hier voll die wieder abgibt ja hallo ja schieß einfach rein aber dafür ist der goldene raumt geschossen das ist daun das ist daun best friend mein bester freund ich glaube die gehen da noch alle auf den ja ja ich glaube ich werde mal ein secret room suchen am anfang ja doch nein und hier sonst was ist sauber oh oh geht er nicht mehr ah komm mal vor die fleischwände ja hä den boss hab ich schon besiegt wann hab ich denn den boss besiegt achso das war ja inzwischen ausgelacht ja schon ein item in erster ebene zu finden ist gut das kann man dann immer benutzen obwohl es nur eins ist was man nicht träufelt was man träufelt ne ich kann nicht gut ich kann jetzt schauen dass er kommt oh sind you go flies der ist so eklig der boss hat den so eklig mit seinem fliegenden mund auch noch hat der eine andere farbe bekommen ja hä dafür muss man einmal das spiel umspielen eigentlich hä der ist voll locker guck mal der zu doppelte fliegen sporen lassen mal gucken ob der was fliegt kann sein die gehen echt nicht daun der ist der ist ja eine stufe stärker warum ist der schon eine stufe stärker what the fuck alter komm schon baby komm schon komm schon das ist ja echt schwer scheiße komm gleich dazu er macht auch noch das weißt du schön auf distanz bleiben er selbst hat kaum hat wenig hp dafür aber hat er seine fiecher genau alter ist ja echt lächerlich ja natürlich noch eine runde hinten dran aber ich bin gestorben also muss ja getauscht werden oh ne getauscht jetzt versteht man mich so gar nicht mehr hä wie geht das deswegen muss ich jetzt erstmal ganz nah ran gehen so jetzt habe ich eure scheiße zerstört ja schlüssel jetzt schon ne wieder mini boss mini mini 1 2 3 oder oder haare kehre 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 ja man zack so einfach ist das ne 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 so schnell geht das aber nicht hier guck mal das sieht doch echt aus wie ein smiley wie ein scheiß smiley hallo wie los die gucken die die das sieht doch mal was ich bin kein domkopf cool oder was steht da ja der Alter, treffert ihr Schatz, hör'n, Rader. Wow, jetzt bin ich'n Domkopf. Ich zähle jetzt aber auch eine Zielgruppe. Ja, ganz wichtig. Scheiße. Uh, wieder der. Jeho, ich komme, desto bessere Items auch, oder? Ja. Okay. Alter, was ist das denn für... Ich hab' Lust. Ach du, das ist froh, wenn du da reinkommst, hast du Schaden. Ja, das ist natürlich hier wie, wie, wie heißt das Spiel? Äh, Snake, Alter. Wie Snake ist das hier? Das ist super Lust. Sie werden schon in Stufe höher, dabei sind wir... Hallo, ich versteh' das nicht. Warum kommt so krass das schon? Aber der war fast da unten. Okay, wir machen jetzt ein Problem. Einfach... Oh Gott, fuck. Weil ich einmal fast zum Boss gekommen bin, oder was? Drei Gold. Ja, ein Fave Part muss auch sein, aber trotzdem... Oh, direkt das geile Item. Remote Detonator. So, das hatten wir gerade in einer Runde, glaube ich, die ich nicht aufgenommen habe. Da kann man die Bomben, die man legt, mit Space zünden. Das bedeutet, beim Bossen legst du dann alles auf eine Stelle, lässt den Boss da durchrennen und ich habe sechs Bomben. Am Anfang. Woher habe ich die denn? Jo, läuft doch. Jetzt muss man behutsamer mit seinem Leben umgehen. Trennt er immer so weit vor, ey. So, der down. Diese dreckige Flieger. Was ist hier? The Tower. Oh, hier wieder die normale Lust. Ja. So einfach geht das. Speed. The Virus. Das ist ja so. Also, das ist ja so permanent Virus. Ih, sieht das eklig aus, Mann. Ihihiihi. Läuft doch. Ich muss immer irgendwas ekelhaft sehen. Muss mich irgendwie immer kratzen, keine Ahnung. Ja, wenn man sich das selber vorstellt, wenn man das selber hätte. Genauso kribbelt es an meinem Körper, wenn ich irgendwelche Vogelspinnen sehe. Ich habe keine Angst vor denen, aber wenn ich welche sehe allgemein, dann wird es mir so schaurig. Was war's? Hä? Mal gucken, wie wir das Boss haben, oder? Also erstmal tausend Bomben hinsetzen, den Boss schaust du doch gar nicht. Ja, kommt noch an wen wir haben. Oh, Jiminy. Jiminy. Hallo. Oh Gott. Der ist schöner als ich. Deswegen. Boah, Alter. Jetzt ist nur noch ein wütendes Embryo übrig. Boah, das ist echt krass, mein Bomben. Monstrous Tooth. Eine Kugel. Äh, okay. Hä? Was ist das denn auf dem Kopf? Was? Der Heilprinzess, alles klar. The Tower? Ah, Alter. Okay, jetzt habe ich ein Kopftuch auf. Yay. Tauschen. Ach so, ja. Das ist an dem Tisch. Warte mal jetzt drüben, mal ein Gwusi. Wusi 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 wusi. Ein großes Gebusi. Jetzt stört bloß nicht, wir haben krasse Seiere. Ja, dann weißt du, dann kommt sowas. Weißt du, ey. Nur Scheiß hier. Scheiß Geschenk. Ja, ein Scheiß Geschenk. Nun, was bringt das denn jetzt? Weißt du, dann kommt direkt sowas hier. Mann, das ist scheiße, dass man nicht hier genauer schießen kann. Also, haben wir Schlüssel? Ne, haben wir nicht. Hä, was sollen wir denn jetzt machen? Viel scheiße, Mann. Was? Die Schwäge wieder. Hallo. Die Spinnen sind ja sowas, wir fliegen einfach nur mit Beinen. Also, wie ein Schaden macht das? Wahrscheinlich haben wir mit der Billardkugel voll in schwarze gespürt. Scheiße. Ja, mit der Billardkugel... hä, mit der Billardkugel? Ja, mit der schwarze. Achso, ja, genau. Ja, mit der schwarze. Ja, mit der schwarze. So schwarze... nee. Nee, nee. Nee, 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 nee. Hey, no, no, no. Hallo. Hallo, baby. Okay, was ist denn das? Ich bin die Puh, Alter. Ach, die laufen random, dann sind die Dach bei denen. Das ist unno Problem, aber. Ich hab den Scheiß weggebracht. Es ist viel besser, wenn die random laufen. Soll ich es benutzen? Ja. Oh, lol. Drück mal. Ich will ihn nicht drücken. Doch, drück. Hä? Guck mal hier. Guck mal hier. Hä, springt das jetzt? Schließ mal. Was ist denn das jetzt? Ich hab jetzt gar nicht gelesen, was das war. Hast du das gelesen? Ja, wechsel, wechsel, wechsel. Wechsel doch mal aus. Ach so, ja. Bob's Rotten Head. Hä? What the fuck? Das ist irgendwie so ein Apfelhut. Bob's Rotten Head. Bob's verrotteter Kopf. Ja. Guck mal, ich kann auch das so gedrückt halten jetzt. Wie es aussieht. Awesome. Egal, nimm den, den Detonator. Meinst du? Aber ich weiß nicht, was das hier bringt. Das ist bestimmt auch zurzeit krass. Hä? Hä? Wie ich jetzt... Okay. Ja, soll ich bezahlen? Bezahlen. Ja, nicht so. Epic. Hier auch nochmal? Ja, nicht so. Da hab ich meistens ein Blacke. Ach egal. Ja. Ähm... Benutzt... Ne, hab ich nicht. Scheiße. Da unten sind aber unsere Zweifelverfolge. Und nach unten, dann nach rechts. Ja. Erstmal rechts und dann nach unten. Ja. Ja. Komm, ich sterb schon. Ja. 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 Ja, gut. Guck mal, in der Ecke einfach drängen und fertig. Fitt schon drauf. Okay. Hallo. Hallo. Küss mich, küss mich. Ja, komm. Achso, ja. Meinen Sie hier ist was? Obwohl hier ist ein... Ja, komm. Und bei dem, bei dem ich da hinlässt. Nur halt, die Zeit zu kommen. Das war mies. Das war mies. Was ist eigentlich mit meiner Fliege? Die opfert sich gar nicht. Cool. Hab ich ein Spelemente schottet. Ja. Wenn jemand vor einer Fliege schießt und der zufällig im Weg ist, dann block die. Okay. Ist egal. Ich geh jetzt auch mit 4. Wenn die einen kaum treffen. Ja. Das kommt nur zu einem Glück hast, kriegst du wieder oder so. Irgendwenn ich schläf aus. Okay, meine, guck dir. Okay, auf E und dann Leertaste, ne? Ach du Scheiße, man. Wer ist das denn? Das ist Scheiße, wenn du die nicht schläfst. Ernst? Ja. Das sind Herzen? Fliegen, die Herzen tragen irgendwie. Und die das Blut dann auspressen. Der Boss ist halt gegen sie nicht. Alter, was ist denn los? Ja, scheiße. Ich sollte nur kurz zurückgehen. Ja. Oh ja. So verpeil ich mich auch. Oh ja. Boah. So zerfickter Typ. Alter, was ist los mit dem? Ach so. Aber was... Was hat das denn... Aber was hat denn das jetzt gebracht? Wahrscheinlich mehr Schaden. Ja. Sachen, die einem weh tun, die man meistens mehr schaden. Und wechsel. Wechsel. Das oder den Papier ist alle. Nice. Fuck. Auf sowas guck ich meistens mehr als erstes. Notfall habe ich das? Ja. Okay. Ein Herz, what the fuck. Ich dachte... Gut, das hätte ich jetzt nicht gemacht, wenn ich will. Ich wusste das. Ach, die fliegen auch viel schneller. Guck, wie schnell die Kugeln fliegen. Okay, das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Ja. Ah gut, nein. Ist jetzt wieder weg. Wieder gut getan. Boah. Eigentlich alle kriegen. Ich gucke jetzt mal auf ihn. Nein, diese Typen. Ja, meistens irgendwas mit Explosionen zu tun. LOL. Ist hier gut eingegangen. Weggeflinkt. Alter. Sterben wir einfach mal nicht. Boah. Der kann ja raus schnell rein. Dann, dann sieht das nächste mal, wenn ich unten bin, wieder in voller Zahl. Hast du den drück ich nach oben oder hast wenn ich oben bin oder was? Ja. Die Fliegen kann man freisprengen, wusste ich gar nicht. Der Zwing. Wenn ich schon mal hier bin. Geil. Oh geil. Kannst dich auch nicht mehr. Komm noch einmal. Alter. Geil. Ne, noch mehr. Ich werde es nicht übertreiben. Das heißt doch. Ah, ich habe nur so nur zwei Coins. Alter. Oh. Schade. Trotzdem. Ach, ich hatte noch eine Münze. Egal. Ich hatte noch mehr spielen können. Ja. Und verliere hier alles. Irgendwelche krassen Fische, Alter. Irgendwelche krassen Fische, Alter. Irgendwelche habe ich Bomben. Ich kann sie im Fight einsetzen. Ah ja, genau. Die, boah. Jetzt weiß ich genau. Die werden aggressiv, wenn man ihren Scheißhaufen kaputt schmacht. Es ist überhaupt für Stücke drin. An Schlüssel, denke ich mal. Weißt du noch, wo der, wo der, wo der, wo der Typ Raum war? Für den. Da unten geht's ja. Weißt du noch was? Äh, ja. Auf alle. Ja, rein geht die Tür. Einmal raus. Einmal raus. Einmal raus. So, was haben wir hier? Ach, ein laufendes Spawner. Läuft doch mal richtig. Läuft bitte. Läuft bitte. Läuft bitte. Läuft bitte. Läuft bitte. Ein Herz, Mandi, Alter. Ist ja richtig krass. Krieg aber Antwort. Ah, die Türme nicht. Die sind so ätzend. Krieg immer ein halbes Herz. Müssen wir mal eins behalten. Sorge heute in den Raum. Bitte. Läuft bitte. Wie dieser Mushroom. Statt abgehen. Wir haben jetzt voll viele Eisen. Voll krass. Okay, ich bin da verrückt. Also, Chef. Läuft nicht einmal. Treff fehlt nur noch Krebs, Alter. Ja, ja. Darüber ist uns zu reden, ey. Mir fehlt irgendwie noch Krebs. Kann ich die aufspringen? Ne, ich will es nicht probieren. Porsche. Alles Porsche. Alles für den Boss. Kein Herz mehr. Ein Herz, ein Hit und bin down. Ja, kann ich. Weil da musst du auch Glück haben, mit den drei Münzen Geld zu kriegen und sowas. Und ich will die Bomben wieder vom Boss benutzen. Flash Damage. Was ist es? Nicht irgendein Unbekannter. Piep. Weil wir immer höher kommen. Wir wandern. Wo ist der Boss das jetzt? Puh. Boah, das ist ja fies, Alter. Ich glaube, man darf nicht in seine Säure da. Fick dich doch einfach. Ja, wie viel HP der hat. Ah, in die Säure da finde ich okay. Sein Auge fliegt hier rum. Boah, wie fies ist das denn so? Scheiße, ich kann mich dranbleiben. Alter. Fick dich. Fick dich einfach. Fick dich, Boss. Das Spiel durch. So krass. Einfach, okay. Die Bossmechanik ist relativ einfach. Muss sie über sich behalten. Jetzt hat er beide Augen verloren. Fick dich ins Knie, du kleines... Boah, der hat zwei Augen. Wichser. Boah. Lächerlich. Von A nach B springen und was auch immer. Da machst du das auch noch öfter, ey. Noch eine Runde, machen wir eine lange auf. Alter, Entschuldigung. Wie kann man um diese Uhrzeit um 11 Uhr abends mit so einer lauten Sirene, als ob da ein Auto ist, was im Weg ist. Das muss aber so sein. Immer dann, wenn jemand im Weg steht. Ja, kannst. Wieder, wieder wechseln. Nein, es geht hier um den Leber retten. Es geht hier um den Menschen. Oh. 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 Alter, ey. Was? Blut. Was? Das ist eklig, Mann. Was? Ich will ja nicht entschauen. Ah. Zu scheinlaufen? Ne, ne. Was gibt's? Ein HP hat so. Ja, trotzdem. Hätte ein Item gegeben. Das gibt irgendwie nie ein Item. Wer hat aber auch gesagt, dass es irgendwas gibt. Das ist echt interessant. Oh, Gegenlauf. Egal, wieder einen halben HP jetzt. Boah, das macht echt viel Schaden, ne? Kann sein. Oh. Das ist effig. Alter. Was ist das denn jetzt hier? Auch noch so Blockaden und die können drüber schießen, oder was? Ah. Ja, sie. Ah, komm her, blut. Scheiße. Ja. Ah, hier ist schon wieder der Boss. Ach, das wär's, Mann. Ja. Gehst du am besten, weil es du fußes anders ist. Nein, war noch nix. Der Händler. Oh Mann. Ah doch, hier ist doch was zum Aufmahnen. Der Händler. Ach so, das ist der Händler. Wo weißt du denn? Ach so, ist mal da, okay. Hab's nie gesehen. Ich hoffe. Ich hoffe. Weil Blut macht schon ein bisschen mehr Schaden. Ja, der geht ja. Wetten, ich sterbe schon wieder hin. Ey, komm schon. Das kann doch nicht sein, Alter. Was ist denn los? Ja. Boah, fliegt das voll weit hinterher. Ey, das war echt krass, Mann. Was? Wie oft springt der denn? Ja, komm schon mal. Ja, komm schon mal. Gefährlich englisch jetzt. Ich hab im Prinzip gar kein Item, Alter. Boah. Ich bin schön auf Distanz. Und erst mal hier Items. Ich hab den. Dinner. Alter, wir leben jetzt. Ich hab den noch eben noch. Okay. Sieben braucht man, um ein Schaf halt zu scheißen. Also nichts zu verlieren. Mhm. Oh, da los. Ja. Die Rüstungsdinger. Warte, geht's alle. Sollte die Klubsch Augen nochmal. Was ist der jetzt für eine Katastrophe? Ja, der selber. Ja, der selber. Ja, toll. Sehr toll. Richtig cool. Ach, so ein Raum, wo man nichts sieht. Der Map. Ballert der grad schneller, als davor? Ja, ein bisschen. Wegen dem Dinner wahrscheinlich, ja. Einmal juckt an die anderen, hat man einen Stuhl. So, komm, gutes Item. Ach, Maschlo. Das war geil. Dann schieß ich auch übel schnell, mit so viel Schaden jetzt. Guck mal den Kopf von dem Antler. Ah, geil, ja. So, das... So, das... Jetzt kann man auf SMG. Tränen nissen. Einfach zu essen. Voll assi, wenn die so... So schnell sind die Scheiße. Ha, ich sehe, die Stiegel ist jetzt trotzdem nicht direkt Schaden, das ist mir egal. Ich fisch jetzt mal... Hier, wir haben jetzt mal dieses Zeitding. Und hier. Eigentlich doch. Ach, wieder dieser Head. Ja, dieses Mal müssen wir nichts eintauschen. Was soll das? Kann der ganz so nicht fliegen, oder? Ich glaube, es gibt ein paar Sachen, da kann man Zusatzbosse bespannen. Kann man gerade Flügel raus? Kannst du damit fliegen? Nee, ich dachte so nicht... Loy! So, als Bombe dient das. Eine unendliche Bombe, Alter. Ja. Ja, dann muss ich natürlich auch aufladen. Ja. Ja, pass. Kleine Bombe dient. So. Ich hab keinen Hab. Warte mal. Gab's da nur noch Raum zu betreten? Nein. Soll ich HP-Opfern? Los. Wieder zwei Truhen. Oh, abgetrepfter Kopf. Kleines Head. Und... Das ist vorne die Dinger. Ich hab schon mal zwischen euch. Nee, ich kann klicken. Was ist das? Ja doch, nehm ich das. Und go. Ach so. Larry Jr. Hi Larry Jr. Hi... Oh, Loy. Gehen die direkt auf den Los. Ich glaub, die Bombe wird besser gepissen. Die macht wenigstens drauf Schaden. Die muss... Die muss... Die muss aufladen erstmal. Oh, da kommt dann raus. Die Bombe drüben ist so ne Explosion. Ja. Ich kann die ja gleich immer noch holen. Der will's einfach nicht werden. Der wird so schnell rausliegen. Das wollte es nicht. Auch nicht. Nein. Ich kann' den Kopf rumlernen lassen. Ja klar. Das Afterloch. Oh, du... Drauf halten, ist das mal. Ja. Oh, du... Oh, du... Das ist geil! Das ist richtig geil! Stammzelle. Ich habe Tumor am Kopf. Was ist das denn? Satans Raum. Oh nein. Ah genau, ich kann Leben opfern, um mir eine dieser Items zu holen. Zwei Leben opfern? Ein Leben opfern, um mir das zu holen. Nimm das wieder. Danke. Vielleicht tun wir noch mehr, Mann. Was ist denn der Mondsichel? Unlocked Eve. Oh, ein Charakter? Ja. Was? Was ist denn jetzt kaputt, Alter? Du hast gar keine Leben mehr. The Dead Bird. Alter, es geht hier ab. Ja, ich habe kein... Was? Das ist wahrscheinlich übertrieben selten, dass überhaupt mal so ein Gang passiert. Habe ich noch nie gesehen. Das ist der Demon, so um da kann man das opfern. Bin ich jetzt unverwundbar? Niemals. Du hast ganz andere Attacken, oder? Nee. Nee, eigentlich waren die selben. Ich kann mich alles durchgehen. Warte mal, hast du dich jetzt... Ich spiele mal kurz weiter. Hallo. Ich mag dich. Oh. Oh, was ist das denn für ein Schniedel? Hallo, ich bin der Dämon. Du hast gar keine HP im Prinzip. Einen Schaden direkt tot. Aber egal, dass er mit neuen Charakters freigeschaltet ist. Den sehen wir auch im nächsten HP. Und deswegen würde ich sagen... Auf jeden Fall zuschauen, wenn ihr den Part werden würdet, könnt ihr ein Abo dalassen, um mich kostenlos zu unterstützen. Und ihr kennt das ja alles. Deswegen würde ich sagen, nochmal sagen, sag ich so, zum Mal sagen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei eurem Triple-E. Bis zum nächsten Mal.